Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Frank Winnig. Ich möchte Ihnen heute diese außergewöhnliche Stadtvilla in Hostmar vorstellen. Sie wird Menschen begeistern, die das Besondere lieben und zu schätzen wissen. Wir haben ihr den Markennamen Bonadea gegeben, die römische Göttin des Guten. Sie haben hier ein Massivhaus mit dem jungen Baujahr von 2019. Es hat zwei Etagen mit sieben Zimmern und etwa 233 Quadratmeter. Das Erdgeschoss hat etwa 119 Quadratmeter, das Obergeschoss ohne Schrägen etwa 114 Quadratmeter. Eines der Highlights ist die Duo-Garage mit Hebebühne und großer Werkstatt. Zusätzlich haben Sie sieben Außenstellplätze. Das Haus verfügt über eine Fußbodenheizung. Die wird befeuert von einer Gasbrennwerttherme mit App-Steuerung. Das heißt, Sie können das Haus von unterwegs aus wärmen und steuern. Sie haben eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Außerdem noch eine Wasserenthärtungsanlage. Und wo möchten Sie kochen? Wir schenken Ihnen die Designerküche mit einer Arbeitsplatte aus Eiche. Kochinsel mit S-Bar und Deckenlifthaube Skyline von Bärbel. Allein die hat einen Wert von 5000 Euro. Die Spülmaschine ist von Miele, Dampfgarer, Backofen, die große Kühl-Gefrierkombi. Alles das ist von Neff. Außerdem haben Sie weiter 19 Schränke und zwei XXL Vorratsschränke. Zum Thema Wellness. Sie haben ein Masterbad oben mit breiter Trapezbadewanne, großer Walk-In-Dusche inklusive Regendusche, abgetrennten WC und BD, einen Waschtisch mit zwei Waschbecken und XXL-Spiegel. Auch ein zweites Bad befindet sich im Obergeschoss mit Duo-Waschtisch, WC und BD, Walk-In-Dusche mit Regendusche und ein zusätzliches Gäste-WC im Erdgeschoss. Sie möchten mehr kennenlernen? Sie möchten nach oben in die Privaträume der Familie? Dann locken Sie sich jetzt ein in unsere 360-Grad-Besichtigung. Gehen Sie auf die Webseite www.daheim-daheim.de Dort finden Sie sofort unser Haus Bona Dea. Locken Sie sich dort ein, man schickt Ihnen ein Passwort zu und dann viel Spaß bei der Online-Besichtigung und vielleicht einen späteren Kennenlernen. Ihr Frank Winnig www.daheim-daheim.de www.daheim-daheim.de